vielleicht noch die kämpfe schieben die alerts liegen genau drüber das stimmt ja ist recht genau jetzt gucken wir beide aus dem bild raus wir gucken dahin ist also ich also warte so ist gut ich gucke die gleiche richtung wie du okay wieso guckst du da jetzt mein weg ist das übel alter achskill ist noch neun er kam der verwüsste regional andere caos bei den kach präle 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 Theater. Okay, Respekt, 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 Respekt. Mann, das ist so, du machst einen Lichtschalter an und der Lichtschalter sagt, locken Sie sich erst mal ein und dann sagst du, wollen Sie das wirklich schließen, soll das gespeichert werden, wollen Sie das so machen, mach einfach das Licht an, mach einfach das Licht an, Lichtschalter. Warte, ich wende jetzt mal, warte, warte, okay, warte, okay, warte, gleich, warte, ich wende schnell, ja, warte, warte, hier, 30 verschiedene Codes und dahin und anmeldet und hier, lasst mich doch einfach euer Spiel spielen, wenn ich schon streame, hey, Vollidioten, oder? Okay, warte, shit, warte, warte kurz, ja, okay, jetzt. Respekt, Respekt. Komm rüber, du feige Sau, komm halt her, wenn du dich draust, komm halt her, wenn du dich draust, Stefan, komm, ah, du feige Sau. Ja, komm halt her, wenn du dich draust, Mann. Ach, wo geht denn der jetzt hin? Hey, mein Spieler verlässt das Spielfeld, ey, ey, ich steuer dich. Wo geht denn der Typ hin? Hallo? Da drüben, ja? Du, mit deinen Ameisen, ey, ja, schwenkst du schon wieder den Toto? Ich bin halt das F, ey. Du Basejumper, komm halt her, wenn du dich draust, ja? Ich muss noch ein bisschen töten, okay? Leg dich einfach da, leg dich einfach da hinten hin, okay? Okay, aber wir müssen auch töten. Töt, töt. Kill, 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 destroy Aliens. Komm mal, du her, Alter, Mann, hey, komm, du, Mann. Jetzt gebe ich den Text, ja? Ja, okay, Mann. Ich hatte einen Labrador, ja, der war auch mal so in der Sitzung. Ja. Aber auch mit anderen Hunden, das waren alles so Möpse, ja? Oh, shit. Dann hat er sich voll gemobbt gefühlt. Wollt ihr Tittis sehen? Ja, okay, Mann, ich zeige euch Tittis. Einmal Tittis. Nochmal Tittis. Und nochmal Tittis. Okay, ich kann nicht genug Tittis kriegen. Und nochmal Tittis. Nächste Woche, wollte ich zu dich kommen und möchte ich Ostereier malen. Okay. Ja? Ey, da hast du die Patrixel da. Was? Gut, mirk. Gut, komm. Hier, richtig Vorwürfe. Jetzt habt ihr das nicht gesehen, oder? Für was steht FPS eigentlich? Freundinnen pro Stunde. Da lade ich runter, da instilliere ich das, streame ich dicker. Nicht, dass der Knotenpunkt Bayern zusammenbericht, weil der Erkan so krass im Internet saugt. Da wird die Katze in Kreis verfangen. Kamera. Ist Erkan Stefan cool? Oei. Feili bist du. Was bist denn du für ein Penner, Alter? Soll nicht scheiße, ha? Ich spring halt einfach rüber. Wie sollst du das machen? Jetzt halt gleich die Katze. Was ist denn da jetzt? Du musst halt festhalten, da drücken halt so. Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Scheißspiel. Und du sagst, ja, es ist ein scheiß Spiel. Das ist ein Vampire's Diaries gucken. Das ist echt ein scheiß Spiel. Das liegt nicht daran, dass du einfach nur einen Lippenstift bedienen kannst. Ich kann nur einen Lippenstift bedienen. Ich kann nicht gut.